Hallo liebe Zuschauer, wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem Kompaktkurs nach Tschechien Marienbad einladen. Dieser Kurs wird geleitet von Alexander Kallen. Alexander ist ein Bewusstseinsforscher, ein toller Heiler, ein Wissenschaftler und dieser Kurs ist eine Sense aus seinen Seminaren und Workshops. Für diesen Kurs haben wir einen ganz interessanten, energiereichen Ort gewählt, das ist die Stadt Marienbad in Tschechien. Ganz nah an die deutsche Grenze, man kann mit dem Auto ankommen oder mit dem Bus oder mit der Bahn, wie Sie möchten, oder fliegen nach Prag. Marienbad ist ein sehr, sehr starker Kraftplatz. Diese Stadt ist sehr alt, hat eine geheimnisvolle, fantastische Architektur und hat noch ganz, ganz viel, was unter der Erde begraben ist, versteckt ist. Eine uralte Stadt. Das heißt, es ist ein Kraftplatz. Diese Stadt ist bekannt durch die ganz, ganz viele Heilquellen. Das sind 38 Heilquellen mit Heilwasser, was jeder von euch genießen und trinken kann, je nachdem, welche Wünsche, Ziele oder Themen körperlich man hat. Das heißt, Wasser steht frei zur Verfügung, Mineralwasser direkt aus dem Unterboden und Sie können für sich wählen, weil Sie trinken, was Sie mögen. Wir wohnen in einem Hotel, direkt in der Natur, fast im Wald. Wir gehen gemeinsam ganz viel spazieren. Wir genießen diese ganze Natur und traumhafte Architektur von dieser Stadt. Was den Kurs betrifft, Sie bekommen Informationen, zum Teil wirklich Geheimwissen, Informationen über die Vergangenheit und Zukunft. Sie erfahren viele Techniken und Methoden für die Heilung, für die persönliche Entwicklung. Und Sie werden auch viele Heilkonstrukte von Alexander bekommen für die verschiedenen Themen, wie Zirbeldrüseaktivierung, die Arbeit mit der Vergangenheit, mit Traumaten aus der Vergangenheit. Sie werden Heilkonstrukte, Heilprogramme bekommen für das bessere Empfangen von Informationen, das heißt, um besser medial arbeiten oder sich entwickeln zu können. Sie werden auch die Konstrukte bekommen für den eigenen Körper und für die Aktivierung von den eigenen Fähigkeiten. Und natürlich aus Lernen, sich weiterentwickeln, miteinander reden. Wir haben auch ganz, ganz viel Spaß. Wir gehen mit euch in wunderschöne Locals, in ein Felsenrestaurant. Sie können nach Wunsch Bierbäder genießen, wo man wirklich etwas ganz Tolles für die Haut, für den Körper erleben kann. Sie haben die Möglichkeit, einheimische Spezialitäten auszuprobieren und einfach spazieren zu gehen, einfach bummeln zu gehen. Und unter Gesprächen miteinander, wir werden viel über die Geschichte der Erde, über die Zukunft auf unserem Planeten sprechen. Es wird gemütlich, fördernd, spannend, interessant, lustig und noch viel, viel mehr für jeden von euch dabei sein. Herzlich willkommen zu unserem Kurs. And we will be glad to see you. Und meinerseits, herzlich willkommen. Sie können gerne mit Ihrem Partner oder Partnerin, mit Ihren Liebsten kommen. Jemand kann einfach das Leben genießen und der andere kann das beide haben, Fortbildung, Weiterentwicklung und Erholung. Wir freuen uns, euch alle zu sehen. Bis bald!